Guten Morgen, Sartari Hurtig am Strand von Maspalomas. Heute am 31. Dezember 2016. Es ist 9 Uhr 52 und wir haben 21 Grad und mäßig Wind und wünschen jetzt schon mal allen einen wunderbaren letzten Tag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie hat sich der Strand etwas verändert? Wir haben eine neue Sandbank bekommen durch den Wellengang und wir machen jetzt die Drehung mal zu den Bergen. Und da vorne sitzen sie wieder, die Möwen und warten auf ihr Silvesteressen. So, hier am Strand von Maspalomas ist schon ganz schön was los. Ja, wir verabschieden uns hiermit mit diesen Bildern aus dem Jahr 2016 und wünschen uns allen ein friedliches, schönes Jahr 2017. haben Sie von Radiocheck7x24.com, verabschiedet sich mit diesen Bildern vom Strand. aus dem Jahr 2017. Vielen Dank.